Hallo Pferde Leute, das sollte eigentlich ein Persiflage auf Sandra Schneiders Neujahrsvideo sein, aber ich habe keine Lust abzusteigen. Ich habe ein dreckiges Pferd, aber für ein dreckiges Pferd müsst ihr euch nicht entschuldigen. Uschi und ich sind heute, wie ihr seht, ungewaschen und ungekämpft, so natürlich wie wir halt sind, in den Wald gegangen, um das alte Jahr zu verabschieden. Also klar schrieb ich es doch gar nicht hin, weil es einfach viel zu viele inhaltliche Dinge gibt, die man eigentlich sagen müsste. Und zwar haben wir im Gegensatz zu vielen anderen Westernreitern keine Deckel drauf, weil sich mit Decken die Haare nicht aufstellen können. Und dann werden die natürlich dreckig, wenn die in offenen Stallhaltung leben, was sie bei uns auch tun, ja nicht nur Lust, stehen zu bleiben. Aber ich halte sie trotzdem nicht kurz, ich erwarte, dass sie stehen bleibt. Dann putzen wir von hier nach da, die Sattellage. Der Rest ist im Grunde genommen Schutz, da kann man vielleicht mal mit dem Drahtstricken drüber gehen. Aber zu sagen, beim nächsten Video sind die Pferde wieder sauber, hat ja die Botschaft, dass man die Pferde immer sauber haben sollte. Die Pferde lieben es aber schmutzig zu werden. Nächstes Jahr putze ich sie auch wieder und ich kämme auch wieder meine Haare, ich verspreche es. Die zweite Botschaft war, man hörte in dem Video einen Riesenknall gegen Feuerwehr. Und wir alle sind Uschi und ich sehr gespannt, was das neue Jahr bringt. Also eure Tiere und ihr gut durch diese Nacht. Und die Uschi blieb total cool, trotz Feuerwerk. Ich finde Feuerwerk sollte man verbieten, aber doch nicht so sehr wegen den Haustieren. Wenn dann wegen den Wildtieren, denen kann man das nämlich nicht beibringen. Oder noch wichtiger ist eben dieser Feinstaub, der da in die Duft gepustet wird, der nicht nur krebserregend ist, sondern auch für die Umwelt nicht gut ist. Und dann sagte die Wand Sandra, ja aber ich kann da ja nichts werden ändern. Ich bin ja nicht in der Politik. Ey Mann, da muss man in die Politik gehen. Leider bin ich nicht in der Politik und habe in Deutschland nichts zu sagen. Ich bin auch bei den Grünen und mache mich hier genau diese Dinge stark. Und wenn man nicht in die Politik gehen will, wenn man keine passende Partei findet, einfach eine Petition eröffnen. Damit erreicht man auch was. Alles Gute für euch. Ja, in diesem Sinne wünsche auch ich euch ein frohes Jahr und hoffe, ihr könnt mich verstehen. Trotz wen, wir sind hier im Ausritt. Bis zum nächsten Mal. Neue Jahr, freundlich und friedlich begrüßt. Und der Wald ist unser Lieblingsort. Was auch immer ihr tut, ganz viel Freude dabei. Alles Gute für euch und bis bald.